Herzlich Willkommen an der PfH Privathochschule Götting. Mein Name ist Bernd Sierke. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter der Trägerin der Hochschule. Unser Konzept ist die konsequente Praxisorientierung in den Lehrinhalten. Dazu brauchen wir strategische Partner, das sind Unternehmen, um dieses immer innovativ weiterzuentwickeln. Die Innovation heißt digitales Studium. Wir haben in Deutschland großen Zuwachs in dualen Studiengängen und auf der anderen Seite in Fernstudiengängen. Beides kombiniert gibt es bisher noch nicht. Digital heißt, wir haben digitalisierte Studiengänge als Fernstudiengang und können diese dual für Studierende und Mitarbeiter von Unternehmen anbieten. Bei digital ist das Unternehmen der zweite Layout. Die Unternehmen können Inhalte mit den Studierenden gemeinsam prägen, die wir im Studium als Studienleistung anerkennen. Dabei verlässt der Studierende das Unternehmen nicht. Er kommt nicht zur Hochschule. Er kann zeit- und ortsunabhängig von sich aus die Lernphasen durchführen. Von digital profitieren sowohl die Unternehmen als auch die Studierenden die Mitarbeiter der Unternehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017